Okay, loll. Safestead haben wir. Oh, es gibt noch mehr Creeper. Yay! Gut, dann schwäche ich mich mal. Ich will doch einen sterben. Skype ist natürlich ganz toll, nicht wahr? Oh, Moment, Moment. Ich glaube, es reicht schon. Creeper. Jetzt bloß nicht durch etwas anderes sterben. Das wäre jetzt natürlich sehr dämlich. Nein! Oh Mann, wie dämlich. Ich sehe da rechts ganz viel TNT. Ähm. So. Ein bisschen Schaden. An uns selbst. Und jetzt. Komm her. Boom! Errungenschaft. Frank ist halt sehr schön. Feier ich mehr als ich sollte wahrscheinlich. Okay. Gut. Das wäre... Alter. Ich müsste mir das irgendwie anzünden. Das würde auch nichts bringen. Okay. 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 Okay, wir haben wieder volles Leben. ist das ein bisschen zu schaden. Das war fast gut. Ja. Da ist doch sehr viel zu sprengen, muss ich zugeben. Wow! Was war das denn? Was war das denn? Ich habe mir das VTT gerade gesprengt. Okay, die Explosion war gerade sehr gewaltig. Ich sollte mich nicht selbst einsperren mit den Mumpen. Okay, ich habe gerade echt nicht nach rechts geachtet, muss ich echt zugeben. Nein, 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 oh Gott. Wieso mache ich das? Ich spiele so unvorsichtig. Das ist echt grauenvoll. Dich habe ich. Jawohl. Und dich, mein lieber Rattenfreund. Ich sollte mich nicht direkt dahinter hinstellen. Dich habe ich auch. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ein Herz. Viel Geld, etwas Leben. Oh ja. Nein, ich bin doch extra aus der Explosion rausgegangen. Ich habe es gesehen, als ich die Bombe gelegt habe. Oh Mann. Oh Mann. So dämlich. Na gut, dann halt noch mal das Ganze. Ich bin so schlau. Oh, nice. Team Kill. Ach, es geht einfach nichts über eine geblickte Runde Bomberman. Kann man sagen, was man will. Es macht einfach Spaß. Besonders, wenn die Gegner relativ... Dämlich sind, wollte ich gerade sagen. Aber das trifft ja auch auf mich zu, von daher. Mann. Weil ich immer denke, ich passe doch die Lücken durch. Dann passe ich es gar nicht. Das ist echt gemein. Achso, ja. Oh wow. So. Und wie komme ich jetzt da rein? So. Okay. Hey Ratte. Schau mal. Okay. Gut. Das hat besser geklappt, als ich dachte. Okay. Sehr gut. Da komme ich wieder nicht rein. Okay. Das heißt, ich muss erst mal etwas beseitigen. Dann kann ich hier einmal runterlegen. Und mich einmal vollheilen. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Okay. Gut. Jetzt nochmal in aller Ruhe. Nehmt euch in Acht vor explodierenden Felsbrocken. Seid vorsichtig beim Transportieren des Dynamids. Haben wir hier eine Bombe? Und dann sollte das eine mega fette Explosion werden. Okay. Und ich kann es jetzt schieben. Okay. Noch besser. Die Felsblocken explodieren. Das sind tatsächlich die Felsblocken, die so heftig explodieren. Okay. Ähm. So. Bam. Brav. Gut. Das kennen wir ja. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Gegner vernichtet. Einzig und alleine das Dynamid ist noch unser größter Feind. Aber das. In Deckung. Alter. Hat das gerade bis darunter gespackt oder ist es noch neu gespawnt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es sehr, 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 sehr viel Bummen gemacht hat. Hier sind noch ein paar Felsen. Das muss jetzt auch noch sein. So. Jetzt haben wir wirklich alle Felsen gesprengt und zerstört. Immerhin. Und ich denke, hier wollen wir durch. Das heißt, ich schnapp mir mal das Dynamid hier. Ich schiebe es bis ganz nach drüben. Zünd es an. Lauf ganz schnell weg. Okay. Sehr gut. Da ist ein Safestake. Den aktiviere ich mal ganz kurz. Gehe aber nochmal zurück, weil wir hier unten nämlich auch noch ein paar Felsen hatten. Nämlich hier unten. Und hier hatten wir ja auch Dynamid. Es ist ein bisschen eine längere Strecke zu schieben. Deshalb denke ich doch, dass es hier ein kleines Goodie für uns geben wird. Das ist echt mal wieder nützlich. Sehr schön. Gefällt mir. Und jetzt geht es aber weiter nach oben. Um links. Und wir schauen uns, bevor wir mit dem Minecraft fahren, erstmal um, weil wir noch ein paar Schienen umher schieben müssen. So habe ich das Gefühl. Oh Gott. Oh, das wird wieder lustig. Habe ich das Gefühl. Können wir denn hier Oricon-Erz vielleicht raussprengen. Wie sehen Sie so. Nein, können wir wohl nicht. Okay, fahren wir doch einfach mal mit diesem Minecraft hier. Da ist noch eine Kisten. Wo sind denn hier die ganzen Kisten? Hier sind so viele Kisten versteckt. Okay, wir schauen erstmal, wo wir mit jedem Minecraft hinkommen. Das sieht so schlimm aus. Hey, ist das ein Riesenareal. Was für ein fetter Dungeon. Ich bin gespannt, was der Schalter macht. Ah, ich verstehe schon. Das wahrscheinlich. Die Weiche da hinten umstellen. Jo. Und damit kommen wir hierhin. Wie jetzt die Weiche umstellen, kommen wir wahrscheinlich an dieser Strecke erstmal weiter. Mit Glück zu dieser ersten Kiste, die wir gesehen haben. Ja. Wunderbar. Nochmal Oricon-Erz. Nice. Und da geht es auch direkt wieder zurück. Hoffentlich ohne von dem Creeper-Geschränk zu werden. In der Ratte nehmen wir noch mit. Gut, dann wäre diese Schiene hier abgearbeitet. Und die ist jetzt unnütz geworden. Wo geht es hier hin? Die geht es auch weiter. Und hier haben wir Maulwürfel. Das gefällt mir nicht. Ich fahre wieder. Aber wir haben drei Linien. Und auf jeder ist ein Safe State. Und ja, wir brauchen drei Schienenstücke, damit wir weiterkommen. Okay, ich verstehe schon. Dann fangen wir mal hier bei der untersten an. Und gehen dann nach oben. So. Au. Okay, das ist jetzt wirklich sehr viel Bomberman. Ah, dämlich. Dämlich. Oh Mann, ich denke, ich bin weit genug weg. So, wenigstens ein paar Herzen. Das war jetzt eine Bombe zu viel. Das ist jetzt gut. Äh, ja. Da ist das erste Schienenstück. Hoffentlich kriegen wir das noch, bevor ich mich selbst nicht versprege. Ja, das war auch sehr schlau, da zu warten. Oh Mann. Eine fehlende Schiene. Nett. Jetzt könnt ihr eure friedliche kleine Wagenfahrt fortsetzen. Ja. Wenn wir nochmal zwei solcher Stücke finden. Dann können wir das sogar wirklich. Haha, erwischt. Wir haben schon wieder bald ein Level ab. Von daher ist es... Natürlich. Der war schön. So. Sehr schön. Da unten hat man noch eine Ratze. Die uns jetzt auch noch tötet, oder? Das wäre jetzt noch das Allerschönste. Nicht? Jawohl. Okay. Sehr schön. Das heißt, wir haben das erste Schienenstück. Fahren zurück. Da unten die Kiste vergessen wir nicht. Da müssen wir schauen, wie wir hinkommen. Die haben wir abgearbeitet. Hier geht's weiter. Und da oben ist dann auch noch ein Safestate, den ich auch sehr gerne mitnehmen werde. Okay. Jetzt nur die Frage. Wie zünden wir dieses TNT, ohne dass wir uns selbst in die Luft sprengen? Das ist so gut wie unmöglich. Außer... Das war keine gute Idee. Wenn wir vielleicht in einem Minecraft vorbeifahren und dann eine Bombe legen. Das könnte funktionieren, wenn wir in einem Minecraft Bomben legen können. Nein, kann ich nicht. Gut, wir fangen vielleicht erst mal hier oben an. Dann schauen wir mal, was es da so Nettes für uns gibt. Und dann schauen wir mal, was es da so Nettes für uns gibt. Und dann schauen wir mal, was es da so Nettes für uns lieben. Vielen Dank.